Und hier noch. Und hier noch. Und hier noch. Hier noch. Gleich habe ich es. So, jetzt haben wir alles verbunden. Und die wissen auch alle, was sie zu tun haben, ne? Ich mache mal Stichprobe. Ja. Gut, okay. So, dann kümmere ich mich jetzt mal hier rum. Ich muss also auf jeden Fall nochmal Fundamente holen. Das mache ich mal eben. Wie komme ich denn? Ach ja, richtig. Ich habe da hinten ja eine Lücke gelassen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja. Okay. 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 Ja, dürfte eigentlich Dürfte eigentlich alles passen Ah! Yay! Also die Lücke lasse ich offen, sonst komme ich ja erstmal nicht hoch Oh! Oh! Okay. Ich hab's gleich. So, also ich hab doch gesagt... Achso, genau. Damit ich die jetzt zusammenfügen kann, brauche ich logischerweise einen zweiten Fusionator. Den lasse ich mal nach da wandern. So, der Plan dahinter ist folgender. Die kommen hier rein und die, die da entstehen, kommen hier rein und dann wandert das einfach fusioniert in diese Richtung. Zu einem Container, den ich da jetzt eben hinpacke. Jetzt checken wir gerade, ob das mit der Wand noch passt. Ja, das passt. Gut. Dann bauen wir da... Direkt noch die Container drauf. Ich weiß ja nicht, aber der Plan, dass ich hier zweimal Stangen auf dieser Etage produziere, der haut nicht hin. Das heißt, ich muss die nächste Schraubenproduktion tatsächlich auf ein Stockwerk höher verschieben. Was habe ich dann jetzt hier schon wieder gemacht? Also der geht rein, raus, rein, raus, rein. Das heißt, der Ausgang ist dort. Okay, so soll's auch sein. Alles klar. So, und jetzt... Jetzt baue ich einfach wieder rückwärts. Das heißt, ich brauche hier wieder einen Fusionator. Und der soll schon hier reinlaufen. So. Und von dem... Warte mal, jetzt baue ich erstmal einen hier ran, nur damit ich sehe, auf welche Entfernung ich den packen will. So. 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 Vielen Dank.